Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 days to die. Wir werden mal wieder von Zombies verfolgt, ich und der gute Troplay. Yo, 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 und der Totti hat so schnell runtergezählt, dass ich fast es nicht geschafft hätte, die Aufnahmetasse zu drücken. So schnell hat er gezählt. Aber ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Und ich frag mich immer noch, wie hier Licht reinkommt. Sei doch froh, dass... Sei doch froh, dass Licht reinkommt. Weißt du, was jetzt noch episch wäre, wenn er jetzt die Mikrofongeräusche noch hören könnte? Dann hätten wir richtig Probleme. So. Ne, überleg mal. Ja, so richtig, so richtig live, ne? Ja. Oh Gott, da unten redet wer, wir müssen da hin. Ja. Miep. So, unsere Kiste ist auch bald schon wieder voll, das ist doof. Was haben wir denn hier? Hunting Rifle Barrel. So, und noch ein bisschen Glasbuddeln. Noch ein bisschen Cotton. Als hätten wir davon ja auch schon gemacht. Ich hab's auch nicht, dass ich das nicht kaputt kriegen würde. So, Shotgun, Shotstop. Ich habe ein Buch gefunden. Oh, verdammt, ich hab grad meine... Naja, egal. Ich hab grad meinen Dachzeug kaputt gemacht. Hö, hö. Und ein bisschen Kleber. Kämpfer, Stone, Stone, Shovel. Auf jeden Fall eine Steinaxt. Aber jetzt hatten wir doch auch noch hier eine Pickaxe, oder? Wollte ich nicht noch irgendwie mal eine Kiste, Kiste. Holen wir nochmal eine Kiste. Kisten sind gut, Kisten sind schön. Hä, gab's keine Pickaxe? Ja, wir müssen's mal kurz erwähnen, ne? Update und so. Update, update. Ja. Wie sie Bug fixen, mehr war's diesmal nicht. Ach so, Dot Update. Ja, das haben wir aber auch nicht jetzt erwähnt, aber... Ja, es gab ein kleines Bugfix-Ding da. Sollte man ja wenigstens mal erwähnt haben, ne? Erwähnt. So, weiter geht's. Ähm. Thema abgehackt. So, warte auf meine Liste. Okay, ich verstehe. Ja, diese finde ich jetzt die Schaufel nicht. Bin ich jetzt bescheuert, oder was? Wood Lock Spike. Wood Window. Lock Cabin Wood. Und Hay Bale. Okay, gut, das sind die Sachen. Aber warum finde ich denn jetzt hier die Schaufel? Ach, jetzt finde ich sie wieder. Hä? Ach, leck mich doch. Nein. Nicht du. Machen wir jetzt aber nochmal eine Steinachs, denn meine ist fast kaputt. Repair Tool. Mininghelm. Komm, ich geb dir mal deine Sachen wieder. Ich hab jetzt einen Mininghelm aufgesetzt. Hier, komm, du kriegst deine Mütze wieder. Ach, jetzt so vor allem? Ja, ich hab jetzt was Besseres gefunden. Gibt's was Besseres als meine Mütze? Ja. Feuerachs. Eisen. Krieg ich damit was kaputt, oder nicht? Das ist, glaub ich, Stein. Ich glaub, damit schlage ich mich durch und dämlich und damit auch. Steinschaufel. Ja. Kann ich sogar nicht bauen. Weil ich habe nur Stein und keine kleinen Steine. Das ist jetzt schon wieder... Ähm, wir brauchen doch... Warte mal. Für eine Pickaxe. Für eine Iron Pickaxe. Wo ist sie denn? Bin ich denn jetzt bescheuert, oder was? Iron Pickaxe. Alter, ich bin echt bescheuert, oder? Weiß nicht. Iron Bass. Was? Hä? Jetzt finde ich sie schon wieder nicht. So, jetzt hab ich doch wenigstens mal eine Hose an. Da. Iron Pickaxe. Brauchen wir... Wusstest du, dass du dir eine Hose bauen kannst? Aus diesem... Guck mal, in der Kistopfer Eisenbarren haben. Land Fibers? Nein, haben wir nicht. Ich glaube, irgendwie so drei Eisenbarren wären nicht schlecht. Also, ich hab hier Eisenfragmente. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, äh... Nein. Torch. Wood Frame. Aber für den Notfall, für alles, wir haben Duct Tape. Und Duct Tape, das ist wichtig. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen Stein holen. Cobblestone Frame. Leather. Secure Wood. Wood Frame. Dein altes Bett. Was hier alles gibt's? Und ich könnte noch ein Schränkchen bauen. Flagstone. Kriegen wir jetzt Flagstone her? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist alles so viel. Das ist, wenn du echt mittendrin in so einem Spiel anfängst, bis der es mal überfordert hat. Huuu. Äh, Fire Axe. Äh, äh... Aha. Golden Road, Golden Road Flower. Damit kann ich irgendwie Golden Seed herstellen, wofür das ist, keine Ahnung. Gut, Pillar, was wir hier alles bauen können. Äh, ich könnte uns einen Tisch bauen. Ein halber Zementblock. Ja. Ja. Aus Pflanzenfasern eine Hose. Ja. Hab ich an. Hab ich eine Hose an? Nö. Hm, vielleicht sollte ich mir die mal herstellen. Äh... Hab ich, hab ich. Da. Barren. Eisenbarren. Geschmolzen. Äh, toll. Wo ist denn die Schmelzer? Ofen? Ja, ich finde die Namen. Ah, die Iron Bars, da haben wir es doch. Ne. Hä? Gunsafe, Metal, Leather. Denkst du, ich finde es jetzt? Wooden Hedge, wooden Stairs. Äh, ich... Sag mir mal Bescheid, wenn du irgendwie einen Ofen gefunden hast. Ah, verdammt, jetzt ist es spät. Jetzt brauche ich gar nicht mehr hochgehen, um irgendwie was, äh, zu buddeln. Warte mal, ich habe doch vorhin einen Ofen gesehen. Ach. Ein altes Bett. Hab ich. Moment, ist das Feuer aus? Weil kein Feuer mehr... Hm. Wo sind die jetzt wieder? Metal, Leather, Skr... So, für zwölf Minuten. Haben wir jedenfalls Licht. Ähm. Gucken, Pot ist drin. Vielleicht suchst du einfach oben mal nach Forge, ne? Was ist denn nach Forge? Achso. So, blöde ist nur, dafür brauchen wir einen Glaserbalk. Und ein bisschen... Und eine Short Iron Pipe. Stone. Small Stone. Und Clay. Clay. Oh mein Gott. Okay, und wie bekommen wir die Short Iron Pipe? Short Iron Pipe. Dafür brauchen wir... Forged Iron. Ein Teufelskreis. Ja. Weißt du was? Forged Iron Pipe. Trinkt das überhaupt was? Ja, dass das Ding kaputt geht. Sehr schön. Kann ich hier im Boden was abbauen? Forged Iron. Ja, dafür brauchen wir Iron Ingot. Und für Iron Ingot brauchen wir... Ja. Es fängt doch schon wieder alles super an. Ne? Iron. Ah, verdammt. Blind zu tippen ist auch schwer, ne? Ach, warum? Mach die Augen auf. Ah, verdammt. Jetzt suche ich gerade das Ohr für Tastatur. Ich finde es gerade nicht. Ja, ich bin mal oben. Ah! Weihnacht. Hä? Weihnacht. Bist du oben? Ja. Iron Ingot. Okay, dafür brauchen wir dann die Schmelze. Alter, das ist doch ein Witz. Na, wo kriegen wir das alles her? Der ist ja jetzt nicht wirklich nach oben gegangen. Der Junge, der ist doch nicht so bescheuert. La, 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 la. Da fällt mir gerade mal auf. Habe ich dich eigentlich schon wieder nicht dabei? Was? Ich habe dich in der Liste, falls du das meinst. Ja, ich... Das gibt es doch nicht. Einzige, doch, Trackfriend habe ich auch. Na, er zeigt dich mir nicht auf der Karte an. Doch, da unten der grüne Pfeil. Das ist der Drohplay. Bei mir nicht. Der Drohplay. Not tracking anymore, tracking. Er zeigt es mir nicht an. Ich glaube es nicht. Ich komme nur in die Nähe vom Eingang. Schon hier holen die mir entgegen. Jetzt wird die Musik böse. Ich wollte es gerade sagen. Also jetzt wird es echt schlimm, ne? Ist doch erst Tag 5. Welche Richtung gehe ich dann mal? Ich höre nur eine Gestöhne, aber ich sehe noch nichts. Oh, war ja gleich habe ich das Problem, dass ich den Gang nicht mehr runterkomme. Äh, hochkomme. Ich mache hier Suizidkommando. Warum kommst du jetzt auch hoch? Weil ich Erde brauche. Wo kommen die her? Hast du eine Schaufel? Ich habe doch eine Schaufel, ja. Warum hast du eine Schaufel? Okay. Weil ich mir eine hergestellt habe. Eine Steinschaufel. Ich sehe gar nichts zum Glück, nur den Ausgang. Hier oben siehst du auch nicht viel mehr. Warte mal, was war denn das? Ach, schon wieder so eine Blume, mit der ich nichts anfangen kann. So. Hört man mich? Das ist ein Zombie. Und wenn, dann denke ich sie eh gerade alle ab. Ne, nicht wenn ich hier was grabe. Ich grabe gerade mal ein bisschen Erde aus. Woher es nicht wirklich aussieht wie Erde? Das sieht aus wie... Rinkenmulch. Yay. Jetzt sind wir mal ehrlich. Die Erde sieht doch hier aus wie Rinkenmulch. Hauptsache es ist Erde. Oh oh. Ich werde verfolgt. Echt? Ja. Hey, wenn du undetektiv läufst, dann zeig dir das sogar an, wenn du... Undetektiv. Yay. Cool, dann bleibe ich jetzt mal undetektiv. Hunted? Wo ist der dann? Aua. Ach, da ist der. Wenn ich wüsste, wo der Korti LP ist. Ähm, ich bin im Bett. Warum? Ach, nur so. Wieso bist du jetzt schon wieder im Bett? Och, weiß nicht. Bist du schon wieder gestorben, ja? Nein. Hattest du wichtige Sachen dabei gehabt? Nö, hab ich vorher alles abgewegt. Ich hab wichtige Sachen dabei. Weißt du, ich liebe den Nervenkitzel. Achso, ich hatte höchstens meine Klamotten. Meine Klamotten! Wieso bin ich denn immer noch Stunt? Oh, gar nicht. Ähm, Körke. Ich suche immer noch Pfeile. Äh, Federn. Jetzt komme ich ja nicht mal mehr hoch, weil es zu dunkel ist. Ja, darum bleib ich lieber erstmal unentdeckt. Ich bin auf dem Weg. Noch bin ich undetektet. Hm, 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 hm. Also, ich sehe hier keine Zombies gerade in der Nähe. Sei froh. Du hast ja wirklich alle weggelockt. Das ist doch richtig schön, ne? Muss ich sagen, ja. Das gefällt mir. Das ist schön. Ja, ich finde nur leider den Weg nicht mehr hoch, sonst würde ich nochmal, ne? Ne, also wenn du jetzt da unten bist, ist glaube ich besser. Oh, oh. Musik wird wieder nochmal eindringlicher. Oh Gott, ich höre das hier unten. Ja, dann stöhnen. Das geht so. Oh, wie gesagt, so, wenn ich morgens aufwache, ne? Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Gesundheit. Ah, ne. War gerade ein Hüßelchen. Von mir aus. So, kann ich denn hier irgendwie eine Fackel nehmen? Ach, Torch. Tatsache. Oh, Leute, bei mir ist dunkel. Das finde ich ganz toll. Ich mache gerade mal eine... Ah, ich muss gleich mal was trinken. Ich mache gerade mal eine Torch. So, und jetzt, wenn ich die Torch in der Hand nehme... Du müsstest mich jetzt eigentlich entgegenkommen sehen, oder? Nö. Nein? Siehst du kein Licht, das auf dich zukommt? Wieso Licht, nö? Kämpfst du? Hm? Bist du draußen? Nein. Wer kämpft denn da draußen? Hm, Zombies unter sich. Okay. Okay. Okay, gut. Lassen wir die mal kämpfen unter sich, ne? Müssen wir sie nicht töten. Ja. Gefällt mir. Ich bin gleich da. Ach, guck mal. Ich schlage jetzt ab sofort mit dem Knochen um mich. Siehst du mich jetzt? Siehst du mich jetzt? Ich bin gerade am Kraften. Oh Gott, nein. Oh. Hast du mich jetzt erschreckt? Steht da plötzlich einer mit einer Leuchte in der Hand. So. Was haben wir denn hier alles Gutes? Ich habe Hunger, ich habe Durst. Das klingt doch alles super, ne? Oh. Pork, 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 pork. Hähnchen mit Kaffeebohnen. Ne, es geht nicht. Hamburger. Geht auch nicht, kann ich das jedenfalls essen? Oh, E. Ja. Okay, ich habe nichts gesagt. Candy, Tin Can. Craft, Tool Traps, Tool Traps. Tin Land Mine. Ach so. Mit Rechtsklick drauf kannst du sogar sehen, was du daraus machen kannst. Craft, Browse, Browse, Storage, Foot, Storage, Foot, Empty, Wood, Plank. Aha. Glas, Kleber, Painkiller. Dog Corp, Exmine. Aha. Group, Ressourcen. Also, Breast, Dock, Knob, Ressourcen. Craft, Ressource, Cotton. Close Fragments. Gut. Sieben Stück, Kraft. Du kannst sogar Craften aus dem, ähm, Rechtsklick, sage ich mal, von dem Dingern raus, ne? Hm. Machst Rechtsklick auf ein Objekt und dann sagt er dir, was du damit machen kannst. Moment, das ist zum Essen? Daraus kann man sich Essen kochen, Pi. Tatsächlich. Aber mit was denn, bitteschön, zusammen? Take extra mine. Ach, aus den Großen können wir Smalls bei uns machen. Ah. Echt? Wusstest du das nicht? Nein. Ja, der Kott, ja, muss noch viel lernen. Ähm, warte mal, mit einem Glas zusammen. Und dem. Nein, das geht nicht in Kombination. Was kann ich da kräften? Ich kann den Black Bag essen. Nein. Warte mal, die Seeds kann man doch nicht essen. Steht, die Seeds könnte man essen. Stimmt aber gar nicht. What's mine? Attributes. Pine Seed? Ne, kann ich nicht essen. Groß Fleisch kann ich aber komischerweise nicht kochen. Empty Can. Eine Secure Wood Door. Wood Frame. S.O.D. S.O.D. kann ich damit herstellen. Drei mal S.O.D. Keine Ahnung, was S.O.D. ist, aber... Ähm... Und was das ist, das sehen wir... Ich hab schon wieder mein Ding verloren. Ne, ich mach das jetzt noch ganz kurz. Ich hab's jetzt schon mal gebaut. Wir gucken mal, was ein S.O.D. ist. Äh, wo brauch ich denn das jetzt mal hin? Brauch ich mal hier neben das Feuer, komm. Dann sehen wir's wenigstens. Äh... Ah, ja. Es ist einfach nur Erde. Ähm, ja. Ich kann das doch wieder aufnehmen. Okay. Gut. So, ist und... Oh, Gott. Ja, alles klar. Aber wie gesagt, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bleibt dran und gehabt euch wohl. Und tschüss. Und ich bin heute Rotrein. Tschüss, tschüss.